wenn ihr nur in den Weg und jetzt bekommen zurück zu einem weiteren vorliegenden Zwoos Trieb Kai kommt ein bisschen später heute dazu aber die anderen beiden Lümmel sind schon da und ich bin an der Reihe für den Krieg zu entfesseln wir müssen noch nicht ganz ehemann finden über den finden werden man weiß es nicht ich werde nicht dafür bezahlt Ehemänner zu finden bis Kai auftaucht übernehme ich schon eigentlich schon ja eigentlich schon das ist unser Storyquist wir haben gar keine andere Wahl hallo ich habe auf die Vettel gedrückt ja ist eh nur eine die Spinne war nicht in Reichweite so ist ja nicht beide bekämpft so dann mache ich mal den lebenden Schuss da kann ich ja nicht Mikrofon essen du bist übrigens dran ich stirb oh Geld ich nehme mal weil ich habe komplett am wenigsten ich bin äh ich hole euch so nicht mal ein äh die Visionsschriftrolle das ist relativ egal eigentlich wer die nimmt ja da kann man halt Karte ein bisschen aufdecken zwei Fäde haben wir noch stell ich mich wieder hier hin so Sunny kannst die Spinne angreifen wenn du willst mittlerweile bin ich auch stark ähm was Power angeht äh übertrifft Sunny uns momentan also äh also der steckt uns beide zusammen in die Tasche ey der hat ja auch ohne in der Power Spiegel ey kannst du erstmal zu den Schweinchen gehen ich will wissen was die Schweinchen machen Schweinchen was für Schweinchen? unterhalb von Schlichtweiten wir sind Schweinchen ja mach ich mal mal gucken machen gar nix die sind anwesend ja so ist wichtigste Questbrett Chaos haben wir momentan nicht wirklich das Kristallschwert das geht kaputt Feuerseide Gruppen-EP ich würde entweder Gold oder Gruppen-EP hätte tatsächlich wahrscheinlich bevorzugen aber überleg mal überleg mal wie lange ich werde ich für die Feuerseide tatsächlich die könnten wir für den Endboss für dieses Gebiet tatsächlich sehr gut gebrauchen weil das ist ja eine Vollheilung allein bei dir stell dir mal vor du wärst bei 5 HP die Feuerseite würde dir 55 heilen die Gruppen-EP die kriegt 40 die kriegen wir durch einen Kampf und die 80 kostet mittlerweile auch nicht wirklich was dann fände ich die Feuerseite am praktischsten Heiligtum der Reinheit guck mal wir müssen nicht mal probeln dafür ok das ist ja direkt hier um die Ecke echt angenehm ein liebesbrief man hätte sonst Kai einfach das Schwert geben können auf das es einfach so lange hält wie der Stuhl das stimmt auch der Stuhl der will ja einfach nicht zerbrechen ja hast ja schon nur weil das Item kaputt gehen kann heißt das nicht dass es schlecht ist wird es gelehrten das könnte man auf jeden Fall Kai geben das kann er sich ja gleich kaufen die Dietrichen nehmen wir auf jeden Fall auch gleich noch mit die Dietrich auf jeden Fall ja Eisfring Rüstung im Universität in Eis Pustor Rücken Katana das ist kein Katana Rindlicher Drachenfeld Promotieren sich selbst schützen Rüstung Widerstand Na gut aber die 5 Geschwindigkeit sind ein massiver Faktor da finde ich den reflektierenden Schaden besser Marschgewand Widerstand Oh will ich haben über 18 Aufsicht das ist was wir aktuell haben wenn er zweimal da wäre wobei ich habe immer den Länden ich habe aber den Ländenschütz der 20 aber das Marschgewand hat mehr von anderem Zeugs der gibt mir keine Geschwindigkeit das ist aber tatsächlich in dem es gibt mir dafür einen Widerstand mehr Naja ich denke mal ich nehme das Marschgewand und sind da irgendwelche anderen Deutsche Items Die Schuhe werden auf jeden Fall was für dich da braucht man gar nicht drüber reden Widerstand und Intelligenz Oh ja die nehme ich auf jeden Fall mit Kannst du das ausrechnen Scheiß auf das Ausrechnen das Intelligenz da kannst du nix mit anfangen Ja Die hole ich mir auf jeden Fall So den kann ich verkaufen Kann ich eigentlich alles verkaufen Ja Hopkogl und Helm Genau das war die zweite die ich hatte Ich hatte ja noch eine bekommen Ich würde mal gerne kurz noch die Werte von dem langen Bogen sehen Von dem langen Bogen? Ja Kriegst du? Das könnte ein besserer Bogen für mich zumindest eventuell sein Das muss ich gleich mit meinem Bogen verbreiten Von Schaden her Von Schaden her Könnte es auch Ne dein Feuerbogen ist besser Dein Feuerbogen ist definitiv besser als der langen Bogen 100% Also da gehe ich jede Seite in das ein langen Feuerbogen Der Base Damage Wert davon ist keine 21 Auch wenn 21 im Kampf steht Zumindest war der Base Damage Wert keine 21 Ähm Akaja der Wert der steigert sich mit deinem Level Der rechnet das mit So Super Aber der Bogen hat ausweichen Nur weil der ausweichen Ich weiß das nicht das ist dein Ich gehe jetzt dahin und vergleiche die Bögen Ach ne warte ist keiner Du musst schon endlich selber entscheiden Aber für Kai Kai mal die Böge die Schilde vergleichen Die Rüstung wäre auf jeden Fall höher und der Widerstand Und der hätte einen EP Multiplikator aber die Geschwindigkeit nicht Ja aber er ist eh der Tag Kai ist eh der langsamste von uns Also Der hat null Init Der hat null Init basically Der einzige Job von Kai ist eigentlich da zu stehen Um die Mauer für einen von uns zu sein Ich habe ihn das mal gekauft aber er kann es nach eigenem Messen anlegen No Wenn das Geld noch reicht lasse ich ihn auch noch meditieren Ne reicht nicht Obwohl vielleicht hat er was zum Verkaufen Das ist der den ich habe und das ist der der hier ist Der ist auch besser als mein Handbogen Ich würde den Goblin Bogen aber trotzdem behalten Falls ich Flächendamage machen muss Weil der hat keinen Flächendamgriff Ja Klingt noch ein Plan Ich bin eh schon hier der EOE King Ich glaube da kannst du den alten Handbogen auch weg tun Oder den brauchst du glaube ich wirklich nicht mehr Ey Vosch hier konnte ich den Auftrag abgeben Ja Warte Ich muss einmal die Gläfe anlegen Damit ich die beiden vergleichen kann Ah Einen schwächer Du machst halt Du hast halt eine höhere Kritschung Du machst halt safe damage Muss du für dich selber entscheiden Ich finde es gibt noch einen anderen Punkt Wo deswegen nicht sagen würde der ist besser Guck mal die Anze der Augen Ja du hast nur drei Augen statt fünf Das ist halt auch ein Punkt stimmt Was bringen die Augen eigentlich Wir erklären dir das schon zum fünften Mal Das äh also Diese Augen Je weniger Jedes Mal Wenn eins dieser Augen leuchtet Ist die Chance dass du triffst Höher Und zusätzlich sind die alle gefüllt Was auch immer der Effekt deines Angriffs ist Der wird auch durchgesetzt Ja Mir habt ihr irgendwie immer versucht Mit eurem blöden Mauszeiger da was zu zeigen Was das angeht Was aber nun mal nicht funktioniert Wenn ich die nicht sehe Dann verkaufen wir doch nix Aha Was haben wir denn da Steinhelden sind Irgendwann im Farol Die zu Ehren von Helden der Frühzeit erbaut wurden Statt man ihnen einen Besuch erhält man EP Und stellt Fokus wieder her Ich würde es gerne Boah da geh ich hin Ich könnte das Das hole ich mir Ja ich weiß Gönnen tust uns allen nix Ja schauen wir in Steinhelden Da kann man eine Hüdigen Da kann immer nur einer dran ne Du hast voll Äh du hast voll im Fokus Ich könnte das wesentlich mehr gebrauchen Aber Level Wie gesagt ich könnte das wesentlich mehr gebrauchen Du hast voll im Fokus Ich nicht Du solltest da ohne Probleme hinkommen Kannst dir dann sogar das heilig tun glaube ich direkt gönnen Hättest du das jetzt benutzt Du hast voll deine Guntheit verschrieben Auch dann dürfen wir Dann dürfen wir Ungläubige werden Keiner steht in Reichweite Nein Nein Aber den soll ich auch alleine hinkriegen Das ist nicht ein einzelner Das ist immer eine Vierergruppe in einem Lager Ah ok Nimm Schamane Oh da würde einige anlocken Ne dann lassen wir das Nimm dir doch stattdessen das Heiligtum Ich habe doch bereits ein Heiligtum Ne ne ich meine den anderen Achso Ich kann die Statue wirklich wesentlich mehr gebrauchen Gerade als du Weil ich ihn dürfte ich noch in der Reichweite Ja Hier bin ich noch in der Reichweite Von dem Von dem Und die Die da unten werden wir wahrscheinlich Obwohl in der Reichweite bin ich auch noch Weil ich habe bloß 1 Unterstützung als Reichweite Durch meine Klasse glaube ich Oder durch das Buch oder so So wir drei machen mal das hier dann Bevor der weg ist Ich unterstütze euch da halt nicht Ich weich wieder aus wie ein junger Gott Und dies war sogar mit Kleidung Linienangehör vortreffen ein Ziel Und ein zusätzliches Ziel auf jeder Seite Zulässiges Ziel erhalten 55 Schaden Warte Linie Ah Also kann ich auch damit Einen schlechten Angriff noch machen In der Hinsicht Ich kann ihn durchstechen Also äh ne Das Durchstechen habe ich nicht mehr Aber dafür kann ich so schnell seitlich angreifen Ist in dem Fall gerade eigentlich sogar praktisch Guck ich hatte jetzt ein Auge weniger Deswegen habe ich weniger Schaden gemacht Zum einen Das sind die die du unterhalb Und in der Mitte hast Das oberste Drei Augen starren die gerade ins Gesicht Zwei Weil eins davon x war Das sind die Augen von denen wir die ganze Zeit sprechen Ja War da was? Kann ich genau so sagen Okay Okay Er trifft safe Oder Auch nicht Nö Der trifft nicht Der Hocker muss kaputt gehen Der muss kaputt gehen Der geht nicht kaputt Ich will nicht nach links schoßen Ne? Ja Jetzt stehst du dann im ganzen Weg Und schützt den nicht mehr Das war aber jetzt blöd für mich Weil wäre der Hättest du ihn nämlich einfach nach rechts gedrückt Dann hätte ich immer noch alle hinten können Und da ist jetzt auch Kannst du auch immer noch die drei treffen? Ja, aber so kann ich jetzt nicht den königlichen Soldat treffen Außer du gerade glaube ich hier die ganz linke Wache Ja, die ganz linken Waldläufer angegriffen und deswegen nicht alle getroffen Nein, ich hab den königlichen Magier angezielt Der, äh, der recht ist einfach nur ausgewichen Weil ich nur zwei Augen hatte Bei mir weicht nix aus Der einzige der ausweicht bin ich Nebenbei der königliche Saat hätte den anderen Waldläufer sonst geschützt Äh, was? Ich hab geblockt? Guck, jetzt kannst du wieder beide treffen Aua Soll es sich vielleicht nach hinten begeben Das beinhaltet, dass ich vorher meine Waffe wechsel Und das ist richtig Langbogen Da, bei dem hab ich halt keinen Multi-Hit Oh, der heftige Zug, der hat, ne Bei dem hab ich ein Auge mehr Aber der, äh, der hat gewaltigen Schaden Mhm, der macht einiges an Damage Hau sonst den Einzelgänger damit weg Ja, er hätte auch alles getroffen mal Hab nur die Hälfte Ich kümmere dich lieber um die Gruppe Vor allem, weil dann alles brennt Hätte ich da so gemacht Hätte ich so, da so gemacht Ich zünde das ganze Feld an Nix ist von meinem Feuer sicher Mit dem Schock krieg ich den, äh, Stuhl vielleicht endlich mal kaputt Er ist am Brand gekrepiert Perfekt Ja, weil ich das ganze Feld angezündet hab Komm, geh kaputt, du scheiß Ding Ne, der bleibt bis zum Ende Der wird bis, zu, bis zur allerletzten Mission überleben Ich hab nicht gesehen, dass ich, äh, mich auch hinter ihn hätte stellen können Der Stuhl hat jetzt ein Ziel Ach komm Schieß den Pfeil und vernichte ihn Naja, bei mir hat's oder so Einfach drei, also irrelevant, was ich baller Also ich war eindeutig hier der MVP Wenn du meinst Äh, verkaufen Jetzt hast du auch einen Sag mal, hättest du gar nicht, hättest du gar nicht kaufen müssen eigentlich den Bogen Kai, du bist der Tank Öffnen, öffnen Guck, ich bin der Glückspringer Es ist nie ne Mimic gewesen bisher So, jetzt komm ich mit dem Geld auch wieder hinterher Intimis, das können wir Kai geben Du willst das Gelehrten Kai hat ja eins bei sich hier neben Eine schicke Krause Ja Was ist denn das für ein hässliches Ding? Das ist Glück Ich nimm das mal Oh, Gruppenausweichen, ja Nimm es und leg es an, ich will ausweichen Ja, brauchst du nicht bedingen Oh, guck mal, du hast sogar neue Kleidung Ist gekauft Okay, die ist ziemlich solide Die hat drei Immunitäten Ja, wollt grad sagen, guck mal was du alles für Immunitäten hast, ey Ich nehm die mal Du hast sogar plus eine sekundäre Aktion damit einfach Ja, ich äh, damit kann Was ziemlich gut ist, wenn du wechselst und dich dann bewegen willst Ja Also, warum wechselst Also, für mich ist das jetzt praktisch, weil ich mich dann auch mit der Gliefel instant nach vorne bewegen kann Jo Ja, ich geh ja eh nur mit meinem Feuerbogen rein Aber in diesem Kampf war ich definitiv einfach untouchable Aha, was haben wir denn da? Dungeons des Reiches sind eine weitige undödische Herausforderung Mit großen Schätzen, die vom mächtigen Boss bewacht werden Ihnen kann man nur entkommen, indem man sie abschließt Nebenbei, so ein Heiligtum kann ja auch den Arsch retten Also, die können dich auch beleben Dann erstes Heiligtum Diese wundersamen Monimente verfügen bei heiligen Kräften, die einem Abenteuer über seinen letzten Abend zum Zug hinaus am Leben erhalten Außerdem erhältst du je nach Heiligtum eine Wertesteigerung Du wärst dann generell immun gegen Gift und Fluch Ja, aber ich weiß nicht, ob das nicht eventuell bessere Sachen gibt in Zukunft oder ob man das so leicht ändern kann Ne, musst du einmal für sterben Ich hab zum Beispiel einen Gold-Multiplikator gerade drauf Hm, er hat, ich suche es, da unten Heiligtum das Wohlstand Ich weiß gar nicht, wie viel ist das überhaupt? Kannst du das irgendwo nachgucken? Äh, irgendwo, ja Wo, weiß ich nicht Muss er selber rauskriegen Also, gönn dir ruhig das Heiligtum Wir sind auch einfach schon Runde 30, ey Das ist derbe Wie gesagt, das schützt dich auch vor dem Tod Also, du kannst einmal dadurch am Leben erhalten werden Sani, sei froh, dass ich nicht mehr noch, dass ich nicht noch einen weiteren Movement habe Was verkauft der Laden da links eigentlich? Wäre jetzt nicht das Problem, die Imps, die kriegen wir auch so hin Du kannst dich nochmal bewegen, indem du Fokus einsetzt, ne? Ich will die wegmachen Die Imps sollten wir auch so hinkriegen Ja, die kriegt ihr auch locker zu zweit fertig Sofern da nicht, warum auch immer ein Golem steht Wenn da ein Golem steht, ist die Arschkarte Aber, aber, aber das zieht ja sowieso keine Achso, du meinst jetzt in der Gruppe Ich glaube zwar, dass das irrelevant ist, aber ich mach's trotzdem Es ist halt ein Bonusangriff Es ist ein Bonusangriff Bei dem Laden da sind die Truppen festgelegt Okay, ihr habt einen Schamanen Ich zünde das ganz schmal Oh, warte, ihr habt ein Problem Die haben alle dieses perfekte Auslöschen Wenn ihr nicht perfekt angreift, weichen die aus Okay, das ist frech Egal, das Feld brennt so oder so Nein, wie gesagt, die Effekte aktivieren sich auch nur, wenn es perfekt ist Also, ihr müsst perfekte Angriffe machen Tja, aber mich treffen sie auch nicht Der ist beruht auf Gegenseitigkeit Sehr schön Friss Bumm So, und jetzt grepieren die eigentlich langsam am Feuer Nee, der Schamane nicht Der eine nicht mehr Den Schamanen, den musst du wegklatschen Oh, gut, dass er es verkackt hat Der wollte, glaub ich, das Feuer entfernen Okay, der stirbt jetzt auch nicht Niedlicher Schaden Was soll ich denn sagen, Sunny? Ich hab gar keine Schaden gefrisst Hast du nicht eine Gruppenangriffswaffe? Nicht mit der Waffe, glaub ich Nee, mit der Waffe nicht An deiner Stelle würde ich, wenn, auf den Schamanen zielen Mit dem Blitz hat er Ja, mit dem Blitzstab hab ich nen Gruppenangriff Also wenn, würde ich halt auch die beiden links erzielen Die anderen beiden würden so oder so vom Feuer hin gerafft werden Ja, sofern die sich nicht rausbewegen Können sie gar nicht, Herr Scher Brennt Die können sich gar nicht rausbewegen gerade Die versuchen es auch nicht Ja, davon müssen die Zweifel dabei sich Die sollen überhaupt versuchen, mich zu treffen, ey So, den Schaden kriegen sie aber leider erst nächste Runde Du hast sie vorhin gerade selber nicht getroffen Hallo, was, ich treffe Was willst du? Das ist Level 5 Ja, Geld wird immer geteilt Außer einer liegt richtig weit im Rückstand Öffne Na komm, no lift noch von Ich mach auf Das ist keine Mimik Guck Das können alles Mimik sein Ich hatte schon mal, dass es beim ersten Direkt einer war Widerstand ausweichen Boah, wir haben Ah ne, ist nur 11 ausweichen Guck mal lieber bei dir Weg damit Ne, dein ist auch wesentlich besser Naja, meine auch Ja, es bringt mir halt 4 Widerstand Aber ich hab hier 6 Widerstand drauf Also, das verkaufe ich Und der Helm? Goblin-Helm? Okay, der ist besser Intelligenz und Geschwindigkeit Heißt, es würde zusätzlich untergeben Unsere Unterstützung Der würde uns beiden theoretisch was bringen Ne, ne, die wollen dem mehr was, weil der Intelligenz bringt Und Geschwindigkeit Der bringt uns beiden gleich viel von dem Wert her Ja Also, den Widerstand kann ne Sunny eigentlich mehr gebrauchen Das ist ja der magische Widerstand Ausweichen hast du so oder so schon weit mehr als genug Außerdem hat mein Helm mehr ausweichen als der Okay, dann nehm ich den Die Sonschriftrolle Ich hab gerade was bei der KSL Die Sonschriftrolle Die Sonschriftrolle Ne, hab ich nicht Ich hab hier eine Fortschriftrolle Willst du die haben? Keine Ahnung Entscheide einfach Mir egal Nimm du Mir ist gerade was bei der KSL aufgefallen Das ist mir vorhin gar nicht Aufgefallen Er hat Immunität gegen Hinterhalt Ich weiß Das hab ich gar nicht gesehen Was auch immer das ist Ich wusste das schon Das hast du die ganze Zeit bei jedem Gegner versuchst Ja Kannst du mal kurz gucken Was der Laden da links bringt? Also der hier Der Nachtmarkt Ich will wissen was dann im Winter Aber nicht möglich Ach man Das geht erst in der Nacht Lass einen doch spannen Ich hab Kleidung an Ja, wir haben endlich Kleidung anwiesen können Ich hab Fokus Wir könnten jetzt in den Dungeon Ja, ich gebe ihn Ach, soll ich mal Warte Ich geh nur Ich geh einfach Perfekt run no damage Durch den Dungeon Der Koppelbogen ist der Gruppenschläger Ja, ich hab auch Gruppenschläger Und warum ist da eine Pflanze im Weg? Die klatsch ich gleich so was von weg Die klatsch ich gleich so was von weg Wenn du den Weg nochmal laufen willst Mir egal, das sind EXP Die gönne ich mir Irgendwann Verständlich Okay, da kann man gut rein dreschen Oh ja Die sind aber echt schnell unterwegs Muss ich sagen Ja, die Fledermäuse Die sind richtig schnell Das bin ich Mir ist schon klar, dass du das bist Du hast ja genauso die gleiche Aber nicht mehr Fläche wie ich Ja, aber nicht mehr gleich Bei dem Himmelsfeuer und so weiter Ist immer die gleiche Fläche Flächenangefahren immer das gleiche Komm schon, hau noch eine Flächenexplosion hinterher Ich kann nur überlegen, ob ich Eiltempo mache Einfach, wenn wir mal ein bisschen schneller sind Ja, mach lieber Tempo Und damit viel schneller als die sind Die sterben sowieso am Feuer Zu rennen nicht rausrennen Zieh lieber auf der Kai Dann trifft es euch bald ein 3 Du hast jetzt nur nicht auf der Kai Ach so geht das, okay Ja, Kai, die langsam Ja, kannst du es noch auf mich wirken? Ich bin auch Arschlangen sonst Kann ich machen Ich verstehe schon Ich verstehe schon, Sunny Sunny hat kein Bock Ich verstehe die Nachricht dahinter Lernstreffen Ich und Kai wissen wie man blockt Warum stehe ich eigentlich hinter dem Tank? Ich denke ich Ich meine Ich meine Ja, irgendwie könnte man es schon verstehen Ich meine Wir machen hier einfach einen auf Ahornbaum Aber Habe ich dich nicht nach rechts gestoßen? Du wirst gerade dadurch geschützt, ne? Außer vor Magieangriffen Dein Wann können Fledermose Magie? Das sei jetzt keine Ahnung Ich bin Ach ja Egal Egal Ich denke mal du hättest oder so die 3 angegriffen Ja Warum bist du schneller als ich? Weiß ich nicht, ich find's da raus Hanni, willst du gleich eventuell eine Gruppenheilung machen? Wir haben gleich die Geschwindigkeit Wir haben gleich die Geschwindigkeit Warum bist du schneller als ich? Weiß ich nicht Ich könnte ja auch einfach einen Einzelschuss hier machen, aber ne, ich will AOI wegknippeln Äh Äh Hier nimm Ich geb dir auch gleich noch ein bisschen was von mir Damit du ein paar Gruppenheilung machen kannst Okay Das kannst du durchnehmen Aber Aber hier die kommen wie mit mir Und Kai könnte man sagen Wir machen einfach einen auf Maple und Sally Einen Moment, ich will dir was rüber geben Du musst eh erst auf den Heilstab wechseln So, kannst du die zwei haben? Ich brauch nur einen für den Notfall, jetzt kannst du Naja, ich brauch auch nur einen für den Notfall, falls ich irgendwann mal Schaden fresse Heilrute anlegen Gruppenheilung Oh, das ist immer so schön Ja, eine Gruppenheilung reicht, ja Ja, glaub ich auch Wie sieht das bei dem Feuerding aus? Hm? Wer hat noch keins? Was? Ja, bei dem, äh Bei dem ein super Highlight, den man Sunnygard bekommen hatte Der hat zwei davon Ach, du meinst den? Ich könnte mir vorstellen, dass der auch... Ich glaube, ich hab noch keine Ja, du und ich haben safe noch keine Ich meine Kai hat eine Aber ich... Ich... Ich brauch sie auch am wenigsten, glaube ich Weil ich bin wohl am unwahrscheinlichsten, dass ich getroffen werde Ich hab ja den höchsten Ausweichen Weißt du, wie man ganz leicht nachgucken kann, ob Kai was hat oder nicht? Genau Ich finde, wir sollten das eher Kai geben ja verständlich ist egal wer es öffnet die kisten sind immer nett ja ist egal wer es nimmt warum hat sanni mehr als ich du hast einen schwachen feuerstab sanni glückwunsch nehm ich es besser ist wahrnehmung sonst hätte ich auch nicht gesagt ich nehme das soll schon sagen ist wesentlich besser ist der kurz schwer ja danke das ist einfach das was ich auch habe ja ganz ehrlich können wir das widerstand also er hat halt eine echt beschissene weste sonst können wir ja erst mal gehen und dann nachher immer noch gucken dass er das jetzt wird einfach zum zweiten nicht mit ausweichen oder wird eigentlich hauptsächlich wegen der rüstung würde ich ihm geben wenn du was anderes ein ende betrifft sich mein problem ich bin dran immer noch ich weiß ich weiß nicht wer da gerade gegen die maus drückt ich eigentlich auch nicht ich habe jetzt in der hand aber mehr noch nicht was ich ihn wird ihnen jetzt okay entweder ich oder kaya wollen dahin umgestützten wagen da kann man nämlich entweder ein gegner entgegenstand erhalten was bei uns wahrscheinlich ist oder aussetzen ja zuerst dagegen dann wird schon mal im kampf anzetteln so kleine besonnen und da habe ich nicht weit hinten mystiker hute brauchen wir gar nicht überreden okus bewegungsbonus fertig kann ich ja nicht so wird doch sowieso weiß was mich interessiert der zwei fokus den du kriegst ja dann kannst du halt zwei fokussierst dann safe aus dem markt schaden steigert sich dadurch das gleich das mit der intelligenz aus also der ist auf jeden fall besser für dich neu ist vor allem der widerstand war auch höher ich will auch wieder ausreichen du hast einfach sieben fokus wie viel fokus soll sani haben ja so ich glaube wir wollten recht so in die ecke um den ehemann zu finden warte kann man ja drauf drücken da oben offenbar da drinnen in der hexenhütte wahrscheinlich acht muss edu machen irgendwo du hast wirklich ein hängchen dafür dinge zu finden vielen dank dass du kaputte wagen da muss ach da ist der ehemann ja dann gibt den ein fokus aus ja das ist wirklich der wagen man ist aber wo ist ja so wie das hier aussieht hat sich dieser ochse wohl wieder ordentlich eigentlich in die bürde geschossen bin geschossen schuss bin gegossen und ob er das hat ganz zu schweigen von den enormen spielschulden ja noch bei mir hat dachte wohl er könnte sich hinter der verdrücken der niemand schuldet mir geld und lebt man dachte wo er könnte sich hinter der verdrücken der niemand schuldet mir geld und lebt lange genug um davon zu erzählen hallo mein schatz aber kommt doch mal in meinem feinen hinterblüssen vorbei vielleicht können wir einen handel eingehen wieder wissen erzählen wissen ich kenne nur zwei hinaus beide führen uns direkt in den wald des verdienten königs aber ich fürchte uns bleibt keine wahl wir hauen die banditen weg der erste führt uns ziel in durch alter keller als alternativer bleibt nur der weg hindurch aufgegeben die qualisation ok das ist wahrscheinlich ein entweder oder mission ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher welcher weg der besser ist aber beide werden uns an den selben ort führen entscheide schnell die wachen gehen sicher nicht auf können wir uns aufteilen da ist auf jeden fall ein ogre ich hau dem ogre aufs maul der ogre gibt dir aufs maul das hat der golem schon gut gemacht der ogre gibt mir nicht aufs maul ich weich aus ich war nicht so stark bei dem golem wie ich es jetzt bin willst du den wagen oder soll ich das machen und gleich ich will den gleich also wir haben die organisation oder gehen wir durch den keller beides gleich schwer offenbar ich will den tag fischer jagen wir gehen in die kanalisation das aber ja okay okay die auskonten okay wir gehen in die kanalisation ganz im wagen dann noch untersuchen entweder du machst oder ich mache du kannst auch hier in fokus investieren dann kriegst du ist ein safer im gegenstand naja nicht unbedingt 92 das ist ziemlich sicher also hättest du die sieben prozent gekriegt hätten wir dich ausgelacht so wie er die sieben prozent vom hinterhalt bekommen hat sind weil sie nicht geht da halt und keiner durchgrepiert ist wie gesagt ich glaube das noch also der stuhl ist immer noch unzerbrechlich wie sau das ist halt der stuhl des helden der ist immer noch heil und du hast ein paar sachen dazu bekommen kann gleich mal durchschauen wir haben also wir haben den mann kurz bevor du gekommen bist gefunden und sony hat einmal amour gespielt und ich habe entschieden wir gehen die tatakelfücher in der kanalisation austreiben das ding ist weg sony bevor du hinkommst du kannst nachtmarkt infizieren habe ich gerade gesehen ja ich würde scheinen würdest du einmal ja man kann ihn super infizieren danke kommt dann ist ja du weißt wann er kommt was ist das eigentlich etwas das kann ich machen besonderen wohlgeruch kai musst du sein geschäft erledigen gehen alter kai warum hast du 91 leben normalerweise 95 das sieht mir nach einem berg aus ja möglich so sein fokus ich habe sie wenn fokus er hat halt einfach viel zu viel fokus braucht das aber auch als maria hat das noch mal ein heiligtum neues was für ein heiligtum ja mal direkt drauf gucken ihm ausweichen das will ich haben du kannst du leidigstum du kannst du ein der haben kann ich das kann ich das haben mich gestärben du kannst ich will das ausweichen haben ja aber das ausweichen das ist doch eher kai haben oder so immunität gegen hinterhalt ganz jetzt hinkt zumindest mit den hinterhalt reinrennen mein gott ausweichen du hast mehr als genügend sei ruhig ich will hundertprozentige garantie zum ausweichen chantal heul leise wagen ich wollte haben hier dafür extra sterben gegangen irgendwie ich weiß ja nicht wie ich sterben will mit meinem ausweichen aber rennen in den golem rein da stirb ich schnell genug selbst nehmen werde ich ausweichen da ist so eine verlockende kiste eine versteckte hütte du kannst du sachen kaufen und dafür nutze ein fokus wenn du quittst was ist drin die berührung für die nation hat den goldwürze kann man eigentlich immer gebrauchen wird sie des gelehrten ja du und kai liegt weit hinten kannst du nicht nutzen das zählt auch als eigenen kraut also würde es den fokus wiederherstellen rüstung wieder das wäre eine rüstung die ziel passen aber er hat ja gerade eigentlich eine recht gute die ich bei dir nur ein bisschen besser aufgehoben wäre rein theoretisch also der markt hat nichts wirklich gutes an ausrüstung für mich ich finde die die ich gerade habe besser gottesbart kann es eigentlich nie genug von haben vor allem mit einer gruppenheilung ich habe jetzt gerade drei gotteswerte das reicht erst mal was sagen dann ist egal ja noch was dann hätte ich auch einen guten bogen ich guck mal was es jetzt nicht sonst gibt ja okay wir nehmen wir nehmen den bogen und dann habe ich auch einen guten bogen ist kopf gilt also platt machen ist wieder ein schwamm im ball der bogen kann die situation ich würde den atem anhalten um muss weiß dass er drinnen auf uns aussehen das ist ein weg wir kommen dann in ein anderes gebiet nein noch nicht mehr kommen ich und fanny können das auch eben kurz zu zweit machen ich will mir die kiste noch mal kurz holen wenn du dabei stirbt noch unser problem ich sterbe nicht ich bin unsterblich ach ich bin ja er kommt sogar genau hin ja und übrigens das talent was man dafür bräuchte das hast du nicht wenn du dabei draus geht es nicht unser problem ja du kannst noch mal zwei da rein investieren derzeit war den ratten zwei hast ja weil es bringt halt rein gar nichts da irgendwie zwei rein zu machen im vergleich zu einem glaube ich doch ein bisschen das macht einen deutlichen unterschied ich weiß nicht wie oft die es erklären sollen diese teile machen unterschied da ist mehr als eine sache drin kann es auf jeden fall für kai mitnehmen nee das war tatsächlich nur eine dreckskiste es war keine kiste hat nur den gegenstand bekommen ach so ich hätte auch nicht bekommen können aber er hat nur einen gegenstand bekommen aber scheiße gewollt ist mehr investiert hätte ich die kiste bekommen doch ein pech gehabt ja er hat besser gewürfelt aber nicht drogen nicht mein problem in der ente du willst ich eventuell auch einmal halten ich werde auf jeden fall hoch zum nachtmarkt gehen ist ja bald soweit ja ich würde das ist nicht mehr definitiv einmal reingehen der nachtmarkt hat selteneres zeug wenn da gute zeug ich will auch noch mal weißt du wie arschweig der von dir weg ist du kommst du auf jeden fall in der zeit nicht hin nicht mal ansatzweise ich würde es in seiner position wahrscheinlich zu verschaffen könnte sich auch die frage die karte da aufgedeckt konnte den wie ich auch wieder zurücklaufen gleich bekommen hat es sogar gelohnt du bist auch die überrisse eines unglückseligen unglückseligen amt weil es gestoßen hält von früh für den könig meister ok der hat ordentlich als auf dem deckel bekommen da geht es die hellen und auch dem dummkopf als eine gleiche stärke ist eine geile rüstung die ist sogar sehr viel besser als meine ja vor allem auch defensiv mäßig besser doppelt so gut ja unter die stärke macht hat so viel wett wieder ja das ist ein besseres besseres spiegel und wenn man das einfach noch mal mit dem schild kombiniert den scheidung da gerade bekommen hat wäre es einfach acht reflektions haben willst kann ich ihn dir auch geben der nachtmark ist weit weg ich sag sie nur noch mal bist du da ankommst ist der nächste morgen angebrochen hier aber das ist ein fragezeichen da eine unbekannte mitmacht noch eine sache da rechts gleich ist etwas interessantes für nicht und mittel als ob der noch im feld noch zusätzlich kriegt ja natürlich das war es ist eh wahrnehmung das war die ein prozent chance die schuhe hat er verloren wow du kann nicht so groß sein dass du den scheiß bogen nicht verloren hätte ich den bogen verloren dann wäre es das mit mir gewesen aber ich habe jetzt ausreichend verloren wenn er ausreichend du hast immer noch einige ausreichend weil ich habe einfach das ein prozent bekommen wie lucky kann man sein dass man so an lucky ist dieses eine prozent hätten wir gerne mal endlich mit dem scheiß stuhl ja dieser stuhl ist einfach unzerbrechlich ja und dann gibt es hier jemanden wie mich der einfach von dem fragezeichen zerbrochen wird jetzt kann man den nachtmarkt reinschauen ja der verkauf zum beispiel diese gar nicht hoffen teuer feuer sein weiter 230 herrlicher feuerbogen hallo danke ja 136 ja das ist einfach eine bessere version von dem den wir aktuell haben kannst du für mich einmal kaufen sunny ich gebe dir auch mein geld wenn du mir dein geld gibt es gerne warum sind da keine schuhe ich brauche neue schuhe die nächsten ausreichend schuhe will an mich genau das ging auf die geschwindigkeit was du auch mitnehmen soll das ist die schatzkarte ich glaube die kann zum richtig geilen schritt führen die kopplen rüstung war auch was soll ich dir gegeben habe ja das kann ich verkaufe ich auch mit dem feuerbogen darfst du mir jetzt einmal kaufen erstmal so was ist mit der schatzkarte widerstand der hut besser als dein jetziger warte 101 hast du ich wie viel bringt dir der feuerstaat 1 10 10 wenn du dann noch einen von den schrift rollen verkaufs reicht es für die schatzkarte ja voll im vollstand habe ich ihnen die vorgabe ich habe geht ich habe zwei dt schrift rollen dann kann ich eine verkaufen welche schatzkarte jetzt noch kaufen naja wann haben wir mal eine kiste identifiziert ich sage das stimmt aber der nachtmarkt er lohnt sich auf jeden fall nach ich habe das richtig krank ich glaube die schatzkarte muss das einsetzen ja kann ich immer noch nächste runde alles gut ich wollte jetzt erst mal deinen bogen gleich wieder geben ja kannst du mir gleich in dann schon kai kann jetzt den dann schon starten ich erforscht jetzt ja er hat jetzt eine mission kann ich mir da oben erst mal erforschen ist aber okay denke ich dann kann der kaya vielleicht auch noch mal hoch zu dem markt rennen da ist ja jetzt nichts mehr da ist doch eh nichts mehr das einzige was gut für mich gewesen wäre wurde schon aufgekauft das geht nicht wenn der mental offen ist du hast auch einen toten abenteurer gefunden mein geld aber mir vorwerfen leichen zu finden der bringt mir drei intelligen dein verschlagene hohe toppt alles du verschissener snob ja behalte die mal für akka die brauche ich die behalte ich selbst für akka der braucht nämlich schuhe und die haben meeeet ich bin zufrieden ich bin zufrieden ich hab meeeet da ist ein schatz den sollten wir auf jeden fall holen zahlen bevor wir in den dann schon gehen ja mache ich auf jeden fall so du bekommst jetzt noch deinen bogen und ich kriege bessere schuhe als ich vorher habe was ist mit den schulen bekommst du am besten im dungeon ja die können wir die darüber geben er konnte die ruhig da unten noch ein bisschen wir sind es wir haben keine jahrmarkt ticket jetzt will ich jahrmarkt ticket haben ja die to have luck was braucht das eigentlich für ein step diese kiste die kiste gar kein kannst du einfach öffnen aber da wird auf jeden fall was geiles drin sein zumindest schon mal geld zwar nicht mal halb so viel wie du ausgegeben hast für das teil aber gut ein komposit bogen eine rüstung für kai definitiv die ist strong der tanzende nässel der feuerbombe kann man den bogen noch mal sehen bitte ja kann ich das nämlich ist weg gedrückt sorry komposit bogen den kann es denn die könntest du akk ergeben da freut er sich über es wieder über das ausweichen ja noch ein ausweichen mehr so jetzt kannst du jetzt kannst du ruhig da unten reingehen kai im in der wehrheit auch gut für mich wäre ich weiß actually nicht was ich nicht aber ich habe mit dem anderen halt so viele boni theoretisch als du hast immunitäten gegen fluch die elite hinterhalt was zur hölle ist das denn ja das in der wehrheit auch mal klappt warte eine elite hinterhalt was was akk er vorher hatte dann brauchst du nur ein statt zwei dann musst du einmal weniger bürfel diesen ja die mich ja klar gut von mir aus können wir jetzt darunter gehen kann man nicht kommt nicht ganz dran ja ich komme sogar dran klingt doch mal den freundschaftsring unterstützungsreichweite grimoire des feuer rauch aura kannst du dir nicht leicht auf sich selbst ziehen ausweichen erhöhen kannst du jemanden ausweichbuß geben ich will den ich muss demnächst sowas von hier hoch also der laden der verpisst sich nicht ist denn da ein heimer da dann bleibt der auch aber das inventar von ihm kann sich ändern jungs kriege ich eure kohle ich mache dir ein angebot meine kohle für den hut ich meine du hast einen guten hut was ist die die kohle für den hut die kohle für den hut den du gerade hast also ausgerüstet für meinen ausgerüsteten hut für den mit wiederverschlagenen fokus ja ok da konnte er nicht noch mit dem ausrüsten da musst du nur hier hochkommen dann kann kein kleiner weiter da rumstehen erst mal keiner weiter schimmeln ich war es hier oben am wagen zu weg macht gar nicht so weit das geht sogar ich komme gleich ein bisschen stück entgegen einfach zu krasse sachen hier mein geld ist schon woanders ist umgezogen kai geht noch ein bisschen weiter erkunden bleibt ihr sonst aber ich würde sagen dass ich würde sagen das hat doch mal wieder hier seine schlauen seiten dass ich einfach hier die ganze zeit mein geld sparen und quasi nicht ausgehen überraschung spaß emi du setzt einzug aus 102 ich glaube nicht dass du lieber lass das lieber er hat keine wahl ich ich werde ich werde erfolg haben nein du darfst jetzt eine runde lang aussetzen gerade kacke naja immerhin ist das nicht so deprimierend wie die ein prozent die mir mein item geklaut hat das ist wahr die wahrscheinlichkeit war quasi gegen null dass ich mein item verliere ja das ist unlucky gewesen das war das war basically ein net one ich bin geblieben ich bin dein feind verholt was ist oh das ist ganz gut es sieht aus als seist du einem untergang einen schritt näher gekommen breites chaos level im auge und lass es nicht zu sehr ansteigen äh wo ist das chaos level überhaupt wir müssen uns ja wir haben einen chaos level gerade erreicht jetzt haben wir uns die guten truppen eingeholt egal wenn du nicht durch meine klinge sterben willst dann leg die waffen nieder nö nö wir werden nicht sterben sunny aber ich habe keine schuhe mehr und ich am ende dazu grenfolge sunny willst du dich vielleicht erst heilen bevor du angreifst ja das wäre vielleicht nicht schlecht ja aber eben ist fein ok kai sollte auch vor sunny etwas weiter rechts ein weiter rechts hier ist die wetterflucht da ist das dort ja das kostet ja auch kein anderes punkt nö kannst du irgendwen one hitten nee nein nö hätte er den guten stab dann ja geh auf die beiden in der rechts ich und der kaya können die da links ein bisschen zusammenknüppeln naja wenn wir beide gute bögen wir machen ganz viel feuer unter marsch ich will hier trotzdem weg oh shit ah 21 das ist ok wenn ich immun gegen nass ok ich bin immun gegen nass was macht das eigentlich ich habe nass ich habe letztens irgendwo gelesen das ist eine suchfunktion es geht auch schneller alle immunitäten werden ja der ist praktisch gegen die schlimas ja das ist richtig ich glaube die einzige immunität die ich habe ist eh aktuell nur hinterhalt du hast hinterhalt das immunität gegen verfangen durch deinen ne gegen gift und gegen fluch auch herrscht aber ich glaube nicht ich glaube nicht dass die gift oder fluch benutzen die magier könnten die magierken äh über denen ist alles möglich was magier angeht diese gefährden ich wollte sagen ich hätte es noch die anderen anstecken können der kann nix aber naja doch der kann damagen guck mal da ist die arme gleich praktisch gewesen Kai blockt einfach alles Kai hat mir die hilfe vielleicht oh shit betäubt er ist ja noch nicht dran wie soll er dir helfen au au das tat auch Kai weh Kai hat immer auch sein physisch hast du physisch kriegst einfach basically keinen damage Kai stimmt Kai ich halte was aus Kai ich halte was aus Kai ich halte was aus äh äh schütz Sunny ruhig ich halte was aus und ich weihe aus sobald ich den die Schuhe wieder habe der Stuhl der macht der nie kaputt geht warte sie doch auf einen der da rechts dann könntest du die eventuell noch ins Feuer reintreten ja du musst den nen ich glaub nen Linksstoß wäre das hier oder Linksstoß glaub ich ja vielleicht zerbricht der Stuhl auch endlich mal Kai hat seinen eigenen Job des ganzen let's play so geht der nicht kaputt wenn wenn wir gewusst hätten dass zerstörbereitem so lange halten können dann wäre das Kristallschwert echt praktisch gewesen für dich ja dann hätten wir das probieren können kaputt zu machen wäre praktischer gewesen ja Junge du machst der königlichen Wache wenigstens schaden ich nicht ich mach 1 damage ja aber du kannst ja trotzdem den Feuer in dann stirbt der scheiß Magier sofern du nicht rein scheißt ich hab's schon oft genug gesehen Kai tankt alles Au wenn ich die Schuhe gehabt wäre ich ausgewichen es ist alles die Schuhe es ist alles die Schuhe ach du Kai Aua Aua der muss sterben schieß ihn ins Feuer Kai weißt du nicht wie man den Stuhl kaputt macht? Aua Nö ich schubs dich wieder ins Feuer Aua also ich würde sagen der Stuhl ist ziemlich OP für Crowdcontrolling Aua ey Aua so jetzt müssen wir nur noch die königliche Ware kaputt kriegen Aua Aua es soll alles brennen Aua oder auch nicht Aua geblockt Aua und ausgewichen okay was kannst du eigentlich Shining nehm vielleicht mal den Weitläufer raus der Dingens stürbt was kannst du eigentlich du hast genauso reingeschissen ne guck ich hab immerhin eingekillt du hast auch das Feld nicht im Brand gesteckt oh Gott der hat seine 3 Punkte investiert doch aber noch guck mal da war das Ausweichen wieder da du hast ge du hast halt genau so nicht reingekillt gebrannt so hat er vernichtet aber ich habe ich habe immerhin getroffen du hast gar nix getroffen Jungs come down wie ein der krasses stuhl der stuhl der vernichtung der wird bis zum ende überleben der darf nicht verkauft werden Aua der stuhl muss bleiben bis er kaputt geht von selber der kann gestunt werden glaube ich ich habe ihn gelähmt ach der wird dadurch langsamer nein ist es nicht ja Lernung verringert das Tempo und betäubend setzt er nicht das dass er das Anzug aussetzen muss dies ist nicht das gleiche lernt treffen was kannst du eigentlich er hat sich getroffen er hat sich getroffen er hat sich getroffen er hat nur geblockt er ist nicht ausgewichen die OP ist er schuld das wars mit ihm Kai wenn wir ein kristallschwert kriegen kriegst du das kristallschwert dann kannst du den stuhl wegschmeißen die gehen ja eh nicht das stuhl ist halt so das kristallschwert hat einfach 32 damage und geht nie kaputt ey ey wetten die da beim ersten versuch geht kaputt und der stuhl der ist unsterblich ist halt so der stuhl ist unsterblich das ist immer noch der stuhl des helden steinkrass da muss ich ich habe ihn als stuhl des helden auserkoren plus ein max ganz ehrlich ich hätte jetzt gerade nichts zu verlieren ne da würde er sich leisten nur leeren dann würde ich einen max fokus generell kriegen aber ich hätte nur eine du kannst es versuchen ich hätte nur eine 16% schock das würde definitiv nicht funktionieren Sani sollte das machen Sani sollte das machen Sani Sani der steinkreis haut nicht ab der zauberstab eventuell schon ich weiß wo ich hin will ja das ist wahr ich weiß wo ich hin will also will ich endlich meine schuhe haben für den nächsten kampf ja dann hol dir so lange den steinkreis schon mal er muss eh ne runde aussitzen stimmt 70% und du kannst nochmal einen fokus glaube ich investieren oder ne darf es nicht ne let's go jetzt hat er 8 ne japan japan er hat ja einen gerade wieder abgegeben ja dadurch dass ich den helm abgelegt habe Kaya erkundet mit seinem studio der macht danke darauf warte schon die ganze zeit tschüss wer wollte ich doch nicht im leben dabei hast du doch sogar irgendein Rüstungsteil was die Regeneration gibt du kannst es nicht mehr kaufen gehen Sonny was jetzt der Zauberhändler ist weg nein dann kannst du in den Dungeon gehen Kai ja dann laufe ich da jetzt mal ganz entspannt hin Sonny du musst den Hut nicht mehr abgeben aber ich hätte trotzdem irgendwie noch mal das Tier die Rüstung hin wenn der noch da ist bis du ankommst dann nimm das ist eine Vision Schiftholle Teleport willst du hin die Schuhe können warten ist dein Geld die Rüstung muss rein ja die Schuhe kann er dir noch im Dungeon geben bestimmte Orte halten Belohnung und Stärkung für deinen Charakter oder die Gruppe bereit anderen Orts warten alle den Gefahren und Abenteuer auf dich ach das ist ein Dungeon nein ein Lager des Widerstands ok das Lager wäre eigentlich ganz praktisch dann kannst du die Chaos Stufe einmal senken da brauchen wir gar nicht drüber reden Chaos senken komm ich geh mal hier runter ist das wirklich was oben das kann ich natürlich jetzt übel zurecht stotzen du hast eine hohe Chance was zu bekommen kannst du noch was investieren nö mehr geht nicht aber er kann immerhin mit über dem Großteil der wahrscheinlich Schatzruhe ok doch kann er ok 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 er macht den Gönnjamin gleich einfache Gönnjamin ja einfach Fettelfräustin Widerstand manche schon das sind deine Schuhe das sind definitiv für dich glück wird eh mit dem Hut ausgeglichen Rüstung Widerstand ausweichen das sind schlechtere Schuhe als die die für mich eh schon die kann ich nachher verkaufen wenn ein keiner von euch haben will das Geschwindigkeit die sind glaube ich besser behalten aber eventuell wenn du sie nicht willst nimm ich sie ich brauch du wahrscheinlich nicht ich guck welche von den beiden Schuhen ich mehr an Terrain und ich geh wieder Pokers zurück let's go so Kai kann uns rein wir wollen unsere Nase nicht behalten ich guck mal gleich was die beiden Schuhe jeweils geben und entscheide um was weiß was der dritte von Slayout ach du wolltest vorlesen Entschuldigung kannst das auch machen wenn du mir jetzt noch mal über den Mund fährst Entschuldigung ich tut mir leid ach direkt ne Kiste es könnte aber ne wenig sein öffnen der will der will doch mal wir haben uns nicht es gibt keine Mimics solange ich dabei bin wäre dreist gewesen wenn die erste Kiste im Dungeon erstmal Mimic gewesen wär was zum verkaufen die sind scheiße warte jetzt kann jetzt kann Tani umverteilen jetzt will ich ja nicht gucken was ist Distanzabwehr ach damit erhöhe ich die Gruppe äh 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 die Gruppenrüstung kann ich unsere alten Abwehr so gesehen erhöhen ja nicht dass das für irgendwen außer Akai relevant wäre na für mich könnte es relevant sein Jörgern was willst du mit deiner Magic Verteidigung groß machen ja Magic aber Rüstung ist nicht Widerstand Rüstung ist normale Verteidigung da ist sehr viel Oberfliefer das ist ein ziemlich bunter Haufen könnten wir uns auch weinigen dass der Dieb zuerst bevor der mit unserem Geld das Weife sucht ja definitiv der ist tot der Dieb ist schon tot ich weiß zwar nicht was der wirklich was der so macht aber der ist tot der greift dich an und haut mit deinem Geld ab ich glaube zu 25% von dem was du hast dann ist er definitiv tot das Problem ist da kommt jetzt noch ein Aua er hat den Zug aussitzen sehr schön wir haben ihn gestand danke Kai dass du mich beschützt aber beschützt lieber als den Herr Sunny der Dieb kann nicht angreifen weil der nur mit der Nahtkampfwaffe in der letzten Reihe steht stimmt da war ja was ich muss dir auswenden warte dann tötest du erst die braune Schlange wenn der Dieb sich grad eh nicht wehren kann die wieder braunen Schlange mach ich aber nicht so viel Schaden weißt du wie viel Schaden du generell drückst genug du machst 44 damage meintest du diese 6. Verteidigung von ihm jucken dann ja siehst du jetzt muss der Dieb nur sterben solange die Riesenspinne noch nicht tot ist können wir den Dieb eigentlich in Ruhe lassen Kai könnte sogar einmal auf ihn draufhauen auf den Dieb aber die Schuhe haben direkt ihre Wirkung gezeigt gegen die Spinne komm Kai mach ihn endlich kaputt mach den Stuhl brepp geh kaputt der scheiß Stuhl der Stuhl geht nicht kaputt der ist unsterblich den Würfel den juckt das Feuer nicht ne ja easy ausgewichen warte mal hemmelsfeuer dahin feuer frei kann man zufällig auch sehen wie viel ausweichen man hat kannst auf deine ja das kannst du glaub ich irgendwo nachgucken irgendwo offenbar auf der Weltkarte nein das da unten hat nichts mit deinem Ausweichen zu tun mach lieber den Würfel weg ich mach wenn ich Glück habe beide weg und ich habe es natürlich so nur noch die Schlung wir haben eine Schlung und die Schlung wird jetzt frieren ne leider nicht hier schreib ja level a äh 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 wenn wieder einer von uns versucht das Ding zu entwaffnen was äh eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat wer hat die höchsten Sets davon ich äh ich ich versuch das Ding zu entwaffnen ok du sorgst dafür für schaden 92% Chance und ich hab 89 wenn ich alle ausgebe du man könnte bei dir auch den äh 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 wo sie nutzen und dann kannst du das Ding safe entwaffnen na f ja doch keiner obwohl wahrscheinlich ja da würde es schon reichen das reicht schon ja ja dann mach das so weil ich hätte so gelacht wenn wir die 3% reingekickt hätten wie wenn wir die 1% mit den Schuhen ansonsten hätten wir alle einmal durchsprinten müssen und hoffen dass wir keinen Schaden kriegen naja also wir beide hätten kein Problem damit gehabt Shining wir sind ja beide auf Geschwindigkeit ja die anderen beiden hätten die anderen beiden hätten aufs Maul bekommen oh viel Spaß Sonny ja viel Spaß die liebst du doch Feuer frei magst du die andere auch noch in der Brandzone stecken? ja das hatte ich auch vor Himmelsfeuer warum zieht sie da hin? ist doch egal das macht keinen Unterschied die brechen gleich zusammen hatte ich jetzt auf Vorderländer schieße Junge die anderen in der Mitte sind basically schon tot die sind immun gegen äh die sind immun gegen Feuer offenbar hab ich gar nicht gesehen und auch gegen Eis ok dann sind sie doch nicht tot und gegen Gift ebenso und gegen Fluch scheinbar auch Blitz funktioniert Blitze die alle weg Schock Explosion Ziel genau darauf dann machst du mehr Damage ne das war kein Unterschied doch den den du direkt anziehst damit das ist ein Radius kein Flächenangriff bei Radius macht das nur Unterschied ja Block ja gut wir wollen nicht aneinander stehen das sind Magier bewegt euch bitte ich bin ausgewichen dir ist aber schon klar wem Magier Damage überhaupt nicht juckt oder? naja also der Damage von Magiern juckt weder Sunny noch mich so wirklich guck ich weich nämlich aus ok 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 blind juckt Kai absolut nicht Wahrnehmung ist reduziert oh no anyway oh no aua ich verstehe wie ein Ausweis also Kai deine Wahrnehmung ist reduziert ähm Kai wann kriegst du diesen Stuhl kaputt äh nie der Stuhl ist unsterblich ich schweig guck mal wieviel Schaden der Stuhl mittlerweile einfach schon macht ja wir haben den seit Anfang der geht einfach nicht kaputt das ist der ultimative Stuhl wir versuchen ihn kaputt zu machen für den Erfolg Autsch eines getot was kannst du eigentlich hab eines umgebracht passt komm die anderen drei werdet ihr wohl aus ich bring zwei von denen um ja ok jetzt ist nur noch eine da komm den hast du Sunny glaub den kill ich nicht der hat zuviel magisch verteidigung wow Junge der hat zuviel magisch verteidigung den kill ich nicht hat zwölf magisch verteidigung ist ungefähr die Hälfte was er macht Junge der soll mal treffen lernen ich wurde irgendwie viermal angegriffen und wurde nur einmal davon getroffen also ausreichen ist ok redlich ich wurde nicht einmal getroffen weil ich so viermal getroffen habe ja ich weiß also hätte ich mit meinem Stuhl schon so oft zugeschlagen der wär schon längst tot neu fokussieren das ist das was mich immer wieder fokussiert das hab ich aber bereits das da brauchen wir gar nicht drüber reden das rüstest du sofort aus ja du kannst jetzt 10.000 du bist der Kräuter hinter ja der könnte jetzt 10 Milliarden mal Gottesbart finden kannst du übrigens mal die Gruppe heilen obwohl du brauchst eigentlich eigentlich braucht er nur selber heilen ja aber dann kriegst Kai ja auch noch ein bisschen was also es verändert nicht den Wert der kann ja direkt wieder anlegen wir müssen auch insbesondere kämpfen vor allem ich hab glaube ich aktuell einfach drei oder vier Regeneration ey du könntest jetzt eventuell irgendwie gleich dann mit 20 Gottesbart einfach stehen oh man Junge der hackt sich jetzt das ganze Gottesbart her ja ne in dem Bokussieren und den Teil wir das auftun sind und sterblich oh nö das ist wieder Buckelpudding den Buckelpudding den wohl ich ja der hat auch noch der hat Leben ohne Ende den Fokuss ach so du bist ja dann setz ich die mal in Brand und dann gehst du auf den roten Klumpen der ist immun gegen alles ist das dir bewusst oder ja und du haust dir mit Single Target in die Fresse ein Moment wo ist der gute Bogen den hast du schon equipt ich mein der für guten Single Endamage 26 irgendwas hatte noch richtig viel Schaden gemacht ok nevermind ich könnte auch auf die Gruppe hauen dann können wir uns komplett auf den Würfel konzentrieren könntest dann auch die Gruppe einfach wegknüppeln ok die Schlangen überleben das tatsächlich nicht noch diese brennt doch nicht das ist mein Feuer weil weil du gefehlt hast das macht das Feuer nicht aus und da nicht hast du mit na doch scheinbar schon kümmert ihr euch um die Würfel wir machen die Schlangen schon jo die Schlongs versuchen mich zu treffen ich schaffe es aber nicht oder die sterben am Feuer oder das wenn die jetzt noch angreifen sollte du kannst den so oder so nicht bewegen der ist gegen alles immun ach komm schon jetzt hat noch ein x gefehlt kann die kann die überhaupt treffen du bist immun gegen das Verfangen gewesen das juckt die halt einfach nicht mich juckt halt alles einfach nicht so jetzt kannst du die Schlangen weg machen der hat genauso viel Schaden gemacht wie er mir gemacht hat der Würfel ich hab halt wirklich so das Gefühl mein Charakter juckt so gar nichts ja wir haben ja auch irre viel Immunitäten ausgerüstet ja naja vor allem Sunny mit seinem Zylinder diese Zylinder sind doch gleich drei Immunitäten damit ein und hat dennoch noch den höchsten Schaden von uns allen wo sind die ganzen guten Bögen Rüstung, Widerstand, Intelligenz sind sie noch ja auf jeden Fall nehm ich mach ich noch keins äh du hast noch keins ja Magier Handschuhe Widerstand sind magischer Schaden ne deine Dämmel ja sind sie aber ja ein Minus Glück halt das ist ne das wäre nur zwei Widerstand mehr Sunny das wäre nur zwei Widerstand dann würdest du deine Immunität aufgeben gegen Fluch aber habe ich ne Fluchimmunität nicht sowieso über den Hut ich weiß ich nicht wir können einfach weitergehen haben ja nix abbekommen ja weil die alle sicher gegriffen haben ich hab eh ne Fluchimmunität über den Hut da hättest ne Kritschonx für einen IP Multiplikator ja ja ich glaube ich bleib erstmal so dann verkaufe ich die glaube ich auch die sind halt alle auf mich die sind halt groß die sind halt groß hätte es alle auf mich gegangen hallo oh stopp ok ne beschichtete Falle das wäre wenn was für Kai ja was macht die Knochenpfeifen ja Nasserschorden ja was hatten die sonst noch ein Langschwert mit übelst viel Damage eine Bartachs oh die die kaufe ich eventuell gleich ein Scepter für Sani der hat den Todesstrahl ein Dreiecksschild ein Impelm Oh Junge der hat einfach 8 ausreichend ich glaube den hole ich mir den Impelm das sind gute Schuhe das Zepter nehme ich safe mit also ich glaube den Helm den reservier ich glaube ich für mich warte ich glaube jetzt gerade Sani im Markt Mh ne noch sitzt keiner im Markt ne Sani sitzt im Markt jetzt sitze ich im Markt ne da oben links dann sagen wir das doch ja aber jetzt hat es ihn ausgewählt jetzt hat es ihn ausgewählt jetzt wird auch den Geld angezeigt den Skeletzschlüssel müssen wir auf jeden Fall mitnehmen ich würde sagen den gibt Akaya aus weil er das meiste Geld hat ey mein Geld Mann ich spare mir hier meinen Notgröschen zusammen Also ich kauf mir auf jeden Fall die eine Bartachs, wir können doch auch unser altes solche verkaufen, oder nicht? Ist doch Haufen Händler wie jeder andere. I mean, ich hab auf dem Zepter Explosion. Ja, du hast jetzt das, der Zepter ist auch das Teil, was der Magierhändler hatte. Ja, dann verkauf ich den Blitzstab. Die Haruze behalte ich safe. Warte, du hast doch noch zigtausend Rüstungen zu verkaufen. Ja, du hast da 10 Rüstungsteile. Den nehme ich sowas von mit. Du kannst ihn auch da direkt anlegen, ne? Nur so zur Info. Ja, vergiss ihn mal. Jetzt habe ich noch mehr ausweichen, jetzt bin ich noch mehr unsterblich. Großbogen würde ich für Schaden behalten. Den ja, den brauche ich jetzt eigentlich nicht. Nicht wirklich eigentlich. Mein aktueller Bogen ist halt einfach crazy, trotz dessen, dass der Damage-Wert nicht so hoch ist. Den langen Bogen kannst du direkt hinterher schmeißen, den Bogenstab würde ich behalten, ne? Äh, ich weiß ja nicht mal, was der macht. Damit kannst du durchstoßen. Ja, aber ich weiß nicht, was die Abilities machen und wie viel Schaden. Unterbrechungsangriff. Du kannst einen benommen machen, du kannst mehrere Ziele treffen. Und du kannst auch mal unterbrechen. Den nützt ich eigentlich wahrscheinlich eh nicht. Dann gib ihn mir. Dann könntest du die Knochenweife kaufen. Keinem die beschichtige Weife. Dann nennen dazu zählt das Ginseng, das in die Goldwurzel, Gottesbad, auch diese tanzenden Nisse zählt als ein Kraut. Naja, äh, was macht das eigentlich? Kriegst du eine weitere Sekundäre Aktion, weil du noch mal Leute kaufen willst? Ich wär jetzt aber weg. Ja, keine Ahnung, ich hol noch mal das hier. Und, ey. So. Die wissen Zweifel, kannst du ja dann verkaufen. Weg damit, ja. Ja, ich überneh dann für dich, ist Hanni. Warte, ich schmeiß dich noch aus Parsec eben kurz raus. Ich kann auch eben selber rausgehen, ist kein Problem. Nein, oder so. Gut. Beste, ne. So, Kai. Ich denke, man macht dann jetzt danach auch Feierabend. Wir machen wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Alles klar. Bis dann. So. Kai witzelt das Teil da ganz oben, die die Pfeife haben? Ja, das würde ich eigentlich ganz praktisch mit Rüstung. Ich hab sowieso so viel Rüstung. Für mich lohnt sich das nicht. Ne, das lohnt sich wirklich nicht. Ich meine, er hat 22 Rüstungen. Das lohnt sich nicht. Das hat sich für Sunny gelohnt, dass der sich, wenn der mit dem Kraut heilt. Aber er hat ja das, was den Fokus gibt. Das ist schon sehr viel interessanter. Ja, das wäre auf jeden Fall besser als sein jetziger Helm. Das ist ein sehr guter Helm. Die beiden Helme, die drin waren, waren einfach richtig geil bei dem Händler. Aha. Handschuhe sind uninteressant. Stiefel? Da die... Abenteurerstiefel, Rüstung, Widerstand, Ausweichung. Die sind uninteressant. Die Abenteurerstiefel sind gut für uns beide an sich. Und diese... Ich habe auf den Hauptgoblin auch Immunität gegen verschieben. Dann ist der Schild eigentlich doch sogar praktischer. Vor allem, weil du mehr EXP bekommst, was du eh schon bekommst. Und nicht wirklich nötig ist, weil du eh schon gut aufgeholt hast. Ey, er hat ja einen von den Kräutern bekommen. Ich nehme den Schild einfach mal mit. Im Zweifel kann ich den... Tausche ich den sowieso hin und her. Du kannst eine der Echse verkaufen. Verkauf ich eine von den Echsen? Das Feuerschild ist mittlerweile echt schwach. Wenn du das mit Gladys und so weiter vergleichst. Ne, mehr... Was Interessanteres hat... Ich meine, Kai, wann hat Verteidigung bei mir mal eine Rolle gespielt? Du warst dann eben fast tot. Ich weich meistens eher aus. Das Langschwert ist auch schlechter als die Axt. Ja, aber die Axt ist allein deswegen schon besser, weil die die Verteidigung wegmachen kann. Das letzte Mal nah tot war ich, als ich noch nicht die Schuhe hatte. Es ist mal nah tot warst du... Gib mir einfach die 78 und ich gebe dir den Rest zurück. Das, was übrig bleibt, gebe ich dir dann. Warte, ich muss auf mich drücken. Achso, du hattest gerade nie Maus. Ich versuche verzweifelt, hier auf mein Bild zu drücken. Aber hey, Kai, wir haben jetzt beide was vor der Nase hängen. Sind die Schuhe eigentlich besser? Die ist ja deutlich besser. Ich hab dir gesagt, den Rest gebe ich dir zurück. Ja, dann haben wir hier fertig, ne? Ja. Ja. War ein langer Shopping-Einkauf. Ich kann mein Damage jetzt erhöhen, indem ich einfach... Wie ich sehe, ist am Ende der Dungeon-Ebene angekommen. Hier wird es sich an, sich ausruhen. Vergiss nicht, immer ein Zunderbeutel dabei zu haben. Ausruhen? Was ist das? Mir geht's gut. Wir könnten unseren Fokus erhöhen, aber es lohnt sich nicht. Nee. Und das bisschen, was wir Sunny heilen können, lohnt auch. Wir kommen eine Ebene tiefer. Du hast die Fokus-Pfeife, Sunny. Sunny ist nicht da. Er hat den Chat geschrieben. Darf ich? Ja. Ich will die Tür wegdonnern. Dein Job ist gekommen. Der will die Tür wegbeleiden. Mit dem Stuhl. Endlich hat der Stuhl seinen Job bekommen. Die Tür wegballern. Darum hast du die ganze Zeit, die wir hier schon spielen, gewartet, oder? Dass dein Strength-Skill für uns hilfreich sein wird, oder? Ein Troll. Um Gottes Willen. Junge, der hält aus. Der hält aus, Junge. Der hält derbe aus. Ich mache erstmal die Fledermaus weg, vor allem, weil die auch schnell ist. Ich hoffe mal, dass du die wirklich wegmachst. Nee, ganz töten wird das hier nicht. Ja, ich muss dafür perfekt treffen. Aua, ich weiche aus. Oder ich blocke. Ja, treffst du doch erst mal. Ich treffe. Du musst perfekt treffen. Guck, ich treffe. Ja, die stirbt jetzt eventuell am Feuer. Nee, tut sie nicht. Er macht 5 Damage, glaube ich. Du bist nicht immun gegen den Schnee, Beine? Doch, ist er. Nee, das Frost geht schon durch. Lern treffen. Ich weiß nicht mehr, was das Frost macht. Das ist halt... Erleggener Schaden ist höher. Das ist halt basically einfach mein favorite Playstyle. Einfach ein Bild, was komplett auf Ausweichen geht und du einfach nicht getroffen wirst. Hau ich den Charlatan ins Feuer? Ja, ich hau den Charlatan ins Feuer. Oder? Doch, kann ich. Der kann ihn einfach in den Troll reinhauen. Ich glaube, der Träubel liegt nicht nur die zwei Treppen. Der Träubel muss mal treffen lernen. Nee, der Träubel liegt alles, aber okay. Ich habe den Charlatan, den Troll, den Troll in den Hintern. Die stehen eh alle ineinander. Ja. Wir machen den Charlatan aber keinen Schaden. Den musst du direkt anzielen. Der wird geschützt durch den Troll. Als ob der Charlatan jetzt noch irgendwas macht. Ich weiß nicht, wer auf dich den Charlatan überhaupt anvisieren kann. Nein. Nee, das geht nicht. Du hast den geschützt, Kai. Mann, Kai. Mal ernsthaft. Warte mal. Ich weih ihn an Sunny's Stelle ein. Den Todesstrahl. Wenn ich darf. Also so tot sah der jetzt nicht aus. Kritisch. Wow. Der ist ja echt slangen, der Charlatan. Er ist nicht immun gegen bewegt werden. Oder? Doch. Doch, ist er. Wir wissen, wie man ausweicht. Der Troll weiß eher nicht, wie man angreift. Das haben Trolle so an sich, dass die nicht zielen können. Hoffentlich trifft das. Schieß lieber normal auf ihn, nicht, dass du das Feuer wegmachst. Hätt ich sogar so gemacht. Feuer ging eben auch durch, auch wenn es nicht mehr sichtbar war. Todesstrahl. Weg mit dem Troll. Aber hey, wir haben erstaunlich wenig Schaden gefressen. Dafür, dass wir erst dachten, oh Gott, das wird doch überhaupt nichts. Kai, erfülle dein Schicksal. Ich glaube, insgesamt haben wir gerade mal einen Schaden gefressen. Bei Sunny. Weil Sunny nicht ausweichen kann. Ich nehme mal. Echt, ey. Yo, will er haben. Ja, ist ja gut. Ausweichen. Die sind gerade alle gut bestellt. Ich glaube, wir können einfach schon vorwärts gehen. Junge, mich wird keiner mehr treffen können in Zukunft. Ich gehe einfach aufs Komplett Invincible Dodge-Bild. Okay. Okay. Da darf wieder Kai, theoretisch. Ja, den hattest du verpasst im letzten Dungeon. Da kann einer drangehen und sich vollhalten, eventuell. Ich meine, Sunny, der ist eh... Wir sind alle voll. Ich meine, Sunny ist der Einzige, der nicht komplett voll war, aber... Dann kriegst du jetzt sogar noch einen Fokus spendiert. Ah nö, wir sind einfach zu OP aufgebaut. Ich kann nicht sterben. Sunny haut den Damage raus. Ey, das war ich. Na gut, du hättest das eh gemacht, oder? Ich dachte auch, ich wäre dran. Ey, der will mich versuchen zu treffen. Entschuldigung. Natürlich kriegst du das nicht hin. War nicht in meiner Art, ich gehe die Runde wegzunehmen. Ich dachte, ich wäre dran. Wow. Die haben Schaden gemacht. Impressive. Feuer. Okay, irgendwas stimmt mit den Feuerpartikeln aktuell nicht mehr. Deine Zeit ist abgelaufen, AK, ja. Nein, ich habe Damage gefressen. Hat die Vampirismus? Was? Der Papierfleder muss wahrscheinlich. Also wenn das nicht töte, dann läuft was falsch. Du hast ihn overkillt. Oh, die Fleder muss weg. Die stirbt schon am Feuer. Ich meinte eigentlich auch die andere. Das sind nämlich beides Fledermäße gewesen. Ich hasse es, dass du die Perfekt treffen musst. Ey, nö. Abgelehnt. Was hat ihm blutet? Wow, ey, schade. Todesstrahl. Todesstrahl. Es muss nur treffen. Ach, schade. Ich wollte die Wahrscheinlichkeit erhöhen zu treffen. Kai, du schaffst das. Kai hat die besten Chancen tatsächlich. Du hast den Stuhl. Mach des Stuhles. Der Stuhl ist halt OP. Der Carry-Dons halt komplett. Ich habe schon eine. Ich habe schon eine in Besser. Ich will die aber nicht. Ich habe die in Besser. Ich verkaufe die denn eh. Dann mach. Ich nutze die nicht. Ich bleib bei Bogen. Okay, ist egal. Darf ich die mal öffnen? Ich habe auch den erstbesten einfach gedrückt. Teilen, ist egal. Nimm. Nimm. Hey, Junge, wie viel Kinsing? Wir können Gift teilen. Ja, ein bisschen viel. Oder wir können uns einfach damit hochfressen mit unserer Pfeife. Es geht noch mal eine Ehe tiefer. Och, hell no. Oh, hell no. Wie gut, dass wir eh nicht verrecken können. Ortswechsel. Oh, wollte gerade schon sagen. Wie gut, dass wir eh nicht verrecken können. Egal, was passiert. Der Einzige, der von uns verrecken könnte, ist, glaube ich, Sunny. Hm. 104 HP. Um Gottes Willen, wir sind im Giftsumpf gelandet. Die Gip da drin hat es ja fast so schlimm gestunken wie im Pumpenplumpsklo der Taverne. Hey, das habe ich gehört. Wir haben einen Erfolg. In die Röhre geguckt. Schafft es durch die Kanalisation. Wahrscheinlich für das andere Ding auch nochmal. Sunny, äh, du bist nicht mehr da. Keim, nimmst du den? Ach, du bist auch schon da? Pass auf, wenn du dem alten Hildebrand den Hintern retten willst. Musst du dich dafür ins Zeug legen. Und denk erst gar nicht dran, das auf die lange Bank zu schieben. Wenn du zu lange brauchst, mache ich ihn höchstpersönlich kalt. Kapiert? Wir machen dich gleich kalt. Als erstes. Als erstes. Ja, deiner. Als erstes steht folgendes an. Im Sumpf haben sich so ein verschnieke Skelette breit gemacht. Sie veranstalten einen solchen Radau, dass ich kein Auge mehr zukriege. Ich schaue das jetzt vor diesem Untoten. Ich will, dass sie verschwinden. Du musst also dorthin gehen und ihnen sagen, dass sie sich verziehen sollten. Du findest sie in diesem Sumpf. Wir tanzen. Sumpf, und zwar hier. Gruft von Boogie. Wir tanzen Boogie mit den Skeletten. Boogie. Ach, noch eins. Mein Stellvertreter besäuft sich den ganzen Tag in der Taverne. Jetzt habe ich die Nase voll von seiner V-Leute. Und du wirst ihn rausschmeißen. Okay. Du kannst diesen nicht zu nur ziehen finden. Lager des Bandits. Offenbar macht sich der Fachkräftemangel jetzt sogar schon bei uns bemerkbar. Okay. Naja, sagen wir es mal so. Also, naja, wenn der Banditenkönig nicht mal einen auf Bandit macht, sondern uns einfach nur als Angestellten behandelt, dann ist da definitiv Personalmangel am Start. Tu das für mich, dann sind Hildebrandts Schulden vergessen. Oh, ich sehe da was. Das will ich direkt auf die Fresse hauen. Ich sehe einen Scheißdreck. Ach, Kai darf laufen. Du kannst direkt Kichernzettel. Ja, wir machen direkt erstmal Krieg, Kai. Klägerei. Das klappt nicht. Kämpfen. Ein neuer Gegner. Ich bin ehrlich gespannt, ob die mich überhaupt treffen könnten. Ich würde es nicht ausschließen. Der ist nicht mehr immun gegen nass. Aber der ist nicht immun gegen Feuer. Verdammt. Kann man das hier überhaupt im Brand stecken? Ich glaube nicht. Bestimmt. Warte. Sumpfgas brennt verdammt gut. In der Tat. Ich zeige dir jetzt mal, wie man draufhaut. Ich meine, das sind ja alles letztendlich Gärgase, also. Ich dresch da mal drauf. Ey, Junge. Du baust ja mal ordentlich rein. Bin zwar immer noch blind, aber das interessiert mich relativ wenig. Als ob du immer noch den Blind-Di-Buff hast. Ja, weil ich... Den musst du entfernen. Den musst du beim Laden. Den will ich nicht wegmachen, aber das interessiert mich relativ wenig. Ja, du bist ja kein Jäger. Ja, das würde bei uns wesentlich Schaden ausrichten. Ja, wie gut, dass der Tank das abgefangen hat. Ich sehe da einen dicken, fetten Oger da oben. Ja. Ich glaube, das ist wieder so ein Träu, wie wir den unten gerade in der Höhle sind. Das ist ein Oger. Es gibt auch den Oger, Kai. Den will ich weghauen. Der ist auch grün. Den will ich weghauen. Warte, da ist irgendetwas. Den will ich auf die Fresse hauen, was auch immer das ist. Das ist eine Spinne. Das ist ein Spinnenlein. Egal, ich will jetzt trotzdem auf die Fresse hauen. Hast du, darfst du jetzt deinen Fokus was gegeben? Ja. Ich wollte ihm auf die Fresse hauen. Ich will Krieg. Du hast direkt beide Fokus, sind wie hier. Du kannst noch aufhören. Das ist eine Ratte. Glaub mir. Du hattest noch, äh, du hattest den, du hast den Fokus geopfert und ihn nicht genutzt. Äh, hab ich das nicht. Und pass auf, dass ich nicht, äh, da kann man nicht lagen, Kai. Wow, ich wollte gerade nicht nochmal rechtsklick drücken, weil eigentlich... Oh, hallo, hallo, hast du schönes Zeug für mich? Nein, du hattest nicht mehr. Ja, okay, die liegen ja echt überall. Wieso kriegt ihr Geld, wenn ihr die Leichen blödert? Ich werde beschraft. Ich kriegst du Widergänger. Heo, Farul. Du darfst den Helden. Du darfst den Helden platt machen. Du musst erst mal platt machen, damit du das Geld kriegst. Du musst den Widergänger erst mal kalt machen. Ich habe ein Problem. Du kriegst aufs Maul. Warum werde ich dafür bestraft und ihr nicht? Weil wir rücken. Junge, wie viel Arma du jetzt hast. Und dann weichst du einfach raus. Der darf jetzt nicht treffen. Du bist tot. Nein, bin ich noch nicht. Gerade so nicht. Aber du hast Blut. Stirb! Stirb leise. Guck, da hast du doch dein Gold. Ein Waldraum. Und sogar eine gute... Oh, du hast einfach auch eine krasse Rüstung bekommen, ey. Das Ausweichen hätte ich gerne auf meiner Rüstung. In deine Visage. Ich muss meine Rüstung... Ich muss mein Ausweichen wieder anpassen auf die neue Ebene. Mein Ausweichen ist hier nicht mehr so gut. Ich biete dir meine Rüstung dafür. Nein. Und wenn ich dir Golf gebe? Nein. Oh, da ist ja ein Lager. Ja, können wir alle nutzen. Vor allem, wo ist eigentlich dieser komische Troll oder was das da war hin? Despawned. Der ist einfach verschwunden. Ja, die bleiben halt nicht ewig. Du hast es tatsächlich geschafft, die 6% zu erzielen. Und mich in den Kampf hineinzuziehen. Das kann ich dir nicht erlauben. Metricorn, Bastard, Kobolde, Imps. Ich darf andere in den Kampf ziehen, aber du darfst nicht mich in den Kampf ziehen. Viel Spaß. Die haben alle perfektes Ausweichen. Himmelsfeuer. Nutze auch Himmelsfeuer nicht den Lernenschuss. Wollte ich auch. So, jetzt sehen wir es. Was für perfektes Ausweichen. Die auch immer das brennen kann. Ich scheiße aufs Perfekte aus, weil ich nicht treffe trotzdem. Hilfe. Das tut ja fast schon weh. Mit anzusehen, wie sie nicht treffen können. Fuck. Lern mal treffen. Tschau, Sonny. Jetzt kriegt er nicht mehr mehr Geld. Du hast Sonny getötet, Shining. Mal sehen, was Sonny dazu zu sagen hat. Achso, du warst. Danke, dass du wieder Gewicht machst. Entschuldigung, ich hab uns schon wieder verwechselt. Sonny ist dabei, noch mal wieder drauf zu gehen. Aber hey, der hat einfach die gleiche Waffe wie wir. Der Imp-Mah hier. Nur, dass seins irgendwie magisch ist. Sonny feiert es. Ist ja gestorben, ist ja feiert es. Er schreibt da gerade nichts anderes. Ja, er kriegt kein Extra-Gold mehr. Kein Extra-Würstchen mehr für Sonny. Guck, so trifft man. So und nicht anders. Du weißt doch, woher er ist. Wir kriegen 195 Gold, das war's mir. Nein. Das will ich. Was zu saufen. Das braucht Zeit für verteidigung. Das senkt dein Ausweichen aber am 15, wenn du's trinkst. Ich hab dir nicht gesagt, dass ich's trinke. Ich will's nur haben, weil's was zum Saufen ist. Ich schau, Heiligtum des Wohlstandes. Ich habe nicht mitbekommen, wie das passiert ist. Aber er kann doch direkt einen neuen Helden anbeten. Das ist kein Heiligtum. So, Kai, wolltest du den Stein-Hit oder soll ich ihm jetzt Honey geben? Ach, gib's Honey. Hier kriegst du ein Trostpflaster. Junge, Sunny ist schon Level 7. Der hat durch die Stadt jetzt mal eben ein komplettes Level durchgepusht. Vor allem hab ich das Gefühl, unsere Bewegungsgeschwindigkeit ist im Sumpf echt stark verringert. Das ist ja auch ein Sumpf. Als ob man in einem Sumpf vorankommt. Ja. Geh einfach auf den Wegen. Kai, wolltest du nicht in die heiße Quelle? Drauf geschissen. Das waren fünf Prozent, Sunny, jetzt richtig ab. Das war ein Boost von fünf Prozent ungefähr. Fünf Prozent sind fünf Prozent. Da, siehste, da kann man das hier unten nochmal nachgucken. Wart mal, bestimmt haben wir die nächste Inklopädie, das irgendwo. Heiligtümer. Da sind doch Heiligtümer. Okay, jetzt warten Sie die Prozent. Siehst du das? Warte, was gibt es noch? Geh nochmal zurück, was gibt es noch für Heiligtümer? Das hast du. Du hast mich mein einziges Ausweichen gekostet. In dein Gesicht? Sagt man da. Ei, ich hasse dich. Oh, du armer. Du hast mich mein einziges Ausweichen gekostet. Armes Tuk-Tuk. Das hält 15 Ausweichen. Ich weiß, dass du mich eh in den Krieg mit hinein ziehst. Da ist die Stadt, da will ich hin. Das ist was Unbekanntes. Einfach Ruch, der Schlag. Du verlierst jetzt auch ein Eigentum. Einige bedrohlich wirken in Geister und kreisen da etwas von großem Wert. Das wird in die Hose gehen. Ich sehe es schon kommen. Ich kann momentan nicht wirklich irgendwas machen. Ich habe einen fiesen Leck gehabt. Der pusht sich einfach die Schatztruhe. Das ist sogar eine relativ gute Rüstung für dich. Ein Klingenswert wäre auch für ein Sunny gut. Kannst du ja mal vergleichen. Ne, deine ist für dich besser. Ja, meine ist für mich besser. Aber ich nehme sie jetzt einfach mehr mit. Sunny. Hier geht es noch mal was für Sunny. Noch mal Sunny. Sunny. Damit könntest du dich in der Stadt teleportieren. Die ist da vorne. Da ist eine Stadt. Kann mich daneben porten. Die Stadt irrlicht. Wenn du in die Stadt den Troll auslesen, müsste Kai auch mit in den Kampf gezogen werden. Was geben. Hebe dir die Goldwurze doch auf. Was geben im Shop. Ich habe einen richtig üblen Hänger. Ich habe nichts verstanden. Könnte irgendwas mit ausweichen. Öh, die Bewegungspunkte, wenn du ein Kraut rauchst. Ne, ich brauche keine Bewegung, wenn ich Kraut rauche. Dann kannst du zwei Felder weiterlaufen. Ich glaube, ein Reiterbogen. Ne. Okay, kannst niemanden festlegen, dass er sich nicht bewegen kann. Ne Donnerbüchse. Ne Donnerbüchse. Die entsprechende Klasse haben wir, glaube ich, nicht mal wirklich die, die wirklich was mit der Donnerbüchse anfangen kann. Äh, der Herbalist hätte die nutzen können. Oh, da, das will ich haben. Dann benutzt dein eigenes Gold, wenn du schon so auf deinem Gold beharrst. Keiner von uns hat so viel Gold. Also, das wäre hier halt das Talent. Tatsächlich könnte Sunny die nehmen. Talent gehört auch zum Magier. Und was haben wir an Questen? Chaos Reduktion. Ne, herrliche Blitzkeule. Kannst du Schockschellen verteilen. 200 Gold. Moneten. Ein Saphirbogen. Oh. Oh. Da habe ich richtig Bock drauf auf den Bogen. Damage. Ja, dann kannst du keils Job mit dem Hocker übernehmen. Dann braucht er den Hocker nicht mehr nutzen. Ja. Dann schieße ich die von links nach rechts. Ein in die Olga. Äh, nee, da, äh, da ist der. Dem werde ich sowas von nie sehen, den Bogen. Liebesbrief. Nee, der Leiterbogen lohnt sich echt nicht. Und den Saphirbogen werde ich im Leben nicht sehen. Habe ich das Gefühl. Ich finde jetzt auch nicht, dass die Eilpfeife irgendwo was bringt. Vielleicht spare ich mein Geld auch einfach für den nächsten Händler, der massig Bonbons dabei hat. Das sind diese ganz speziellen Händler, die sind nicht an jeder Straßenecke. Ich weiß. Aber da kann ich mir ja auch permanent meinen Schaden erhöhen. So mit den Bonbons. Ach, mein, genau da wollte ich gerade hinziehen. Ach, ich hätte den Brief Kai geben können und der hätte ihn dir geben können. Der muss nämlich da hin. Heiligtum, da weißt du, das kriegst du auch, Sunny. Naja, das Heiligtum, was für mich praktisch gewesen wäre, wurde ja von dem gefressen, für den es nicht praktisch ist. Der generiert den Fokus ja sowieso. So, jetzt hast du dein Heiligtum wieder. Jetzt braucht Sunny nicht mehr ausrasten. Guck, er hat seinen Fokus ja auch instant wiederbekommen. Jetzt hat er einen EP-Multiplikator statt einem Geld-Multiplikator. Ist doch auch was. Der ist aber 5% niedriger. EP ist EP. Der ist doch eh schon Level 7. Ich glaube, das einzig Nützliche wäre der Soldatenhut gewesen. Ja, den habe ich aber schon. Ja, vor allen Dingen, du hast einen besseren vom Prinzip ja. Ich kann mir auch gerade so einfach das Gewand dieser königlichen Weidläufer kaufen, gerade so. Bei? Nehme ich jetzt eher die Geschwindigkeit oder nehme ich den zusätzlichen Fokus? Ich glaube, der Fokus wäre praktischer. Die Geschwindigkeit ist bei dir sowieso fehl am Platz. Dann nimm lieber den, der den Fokus bringt und verkauft den alten. Ich meine, Tanks sind nicht wirklich hier in dem Spiel dazu gedacht, überhaupt schnell zu sein. Den verkaufe ich. Die Fädelfäustlinge, die kann ich verkaufen. Die hat Sunny, wenn überhaupt noch. Ja, bessere. Oder bessere sogar. Die wäre für Sunny. Ach, die kann ich jetzt gar nicht weitergeben. Intelligenz 4, auch noch magisch irgendwas war für hoch. Uninteressant. Die sind uninteressant. Nichts, alles uninteressant. Ich würde sagen, die geben den Brief heute noch ab. Und, äh, Akaya kriegt seinen Bogen noch. Plus seine Rüstung. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Weil wir haben jetzt, äh, schon gleich 22 Uhr. Wenn er mir drei Stunden will, die Rüstkontrolle weiß ich nicht. Wenn du sie holen willst, kannst du sie dann holen. Ich gebe dir dann jetzt auf jeden Fall gleich den Brief. Oder du stellst dich daneben und ich gebe dir einfach Insta den Bogen. Kann sich auch daneben stellen, dass ich hier den Bogen gebe. Du musst dich nehmen, das Heiligtum. Hier, das Heiligtum. Muss ich hin. Zum x-ten Mal. Das wäre ja sonst auch nicht aufgetaucht. So, mit manchen Wörfen kannst du keinen Fokus einsetzen. Plane es ein. So, hier, jetzt kannst du, äh, jetzt kann Kai endlich sein, äh, Hocker loswerden. Jetzt kannst, äh, jetzt kannst du versuchen, was zu zerbrechen. Viel Spaß damit. Ach, das ist ein zerbrechlicher Bogen. Ja! Was glaubst du, was ich gemeint habe mit, du kannst Kai's Job übernehmen? Deswegen hat er so viel Damage. Ja, ach, nee. Aber hey, jetzt mach ich Damage. Jetzt mach ich Sunny Konkurrent. Geistschmelzer. Sollten die drei eigentlich kaputt kriegen. Nun, der Feuerbogen wird nicht sonderlich viel bringen. Aber du hast den Bogen in deinem Inventar. Und werde ich wahrscheinlich Insta kaputt machen. Ja, dann kann Kai endlich sein Locker loswerden. Nee, der bleibt bis zu Ende. Achso, du bist. Ja, kannst aber das Elementar abschießen. Wo sieht man, das ist ein, ah, da sieht man, das ist ein Zerbrechen. Da oben, in der Mitte, da ist doch dieses zerbrochene Dienst da. Wenn du einmal den Schuss verkackst, dann ist der Bogen kaputt. Aber der macht, macht sich Schaden. Und der geht durch Rüstung. Der macht einfach 46 Damage. Ablenken. Da steht reine Waffe. Wow, das war so obvious, Junge. Du kannst endlich den Locker loswerden. Das war so obvious, dass ausgerechnet meine Waffe kaputt geht. Weißt du, Kai mit dem Locker, so 20 Jahre, der geht nicht kaputt. Ey, Akai hat Eis am richtigen Bogen, eben sind kaputt. Das war halt einfach hard obvious, dass es mir passiert, ey. Das erste Mal, dass ich eine wirklich vernünftige Waffe wieder habe, direkt geht sie kaputt. Okay, ist ja gut, wie viel Defensive zu haben. Der hat schon mal saftig Schaden gefressen. Ja, genau so wie Sunny jetzt frisst. Wie sollten die eigentlich Daumen bekommen können? Aber hey, Kai, du brauchst den scheiß Hocker nicht mehr. Aber der bleibt bis zum Ende im Inventar. Der ist Legende. Nee, der verkaufe ich bei der nächsten Gelegenheit. Nee, der hat Legende geschrieben, der bleibt. Du kannst vergessen, ist mein Hocker. Der bleibt. Der hat Legende geschrieben, darf da bleiben. Wie wäre es, wenn du erst mal den da rechtsfertig machst? Was kannst du? Der Bogen nicht fiel. Und der andere ist ins den Kaputt gegangen. Na gut, wenn ich Reitsch treffe, dann ist er tot. Ah, okay. Was kannst du eigentlich? Eine Explosion, die beide trifft. Das bist aber nicht du. Schmück dich hier nicht mit den Erfolgen eines anderen. Ich würde sagen, wir beide schießen auf den Schmelzer. Der kann einen bewegen, wie es scheint. Der Wabenbrennt ist bei uns. Ach ja, die... Ich weiß nicht... Natürlich macht der Feuer auf der Fläche. Lass uns lieber auf den Schmelzer gehen. Der... Der hat magische Abwehr. Da kann Sunny nichts ausrichten. Naja, Feuerelementar hätte ich auch wegklatschen können, wenn mein Bogen nicht einfach direkt in... Andere hat der Schuss. Tschüss. Du hast einfach nur Kai endlich diese Last weggenommen und dafür ist er dir ewig dankbar. Der Stühl soll bleiben. Der hat Legende geschrieben, der bleibt bis zum Schluss. Ich weiß schon mal, ob ich den Bogen nicht wollte. Kannst du nur drauf schießen. Und der kriegt noch mal ordentlich auf die Fresse. Aber ganz immens, wieso können die Pfeile in dem Feuerele stecken bleiben? Ich habe kaum Geld im Gegensatz für euch. Mann. Egal. Die ist kaputze. Ja, nee, man guckt später. Ich will jetzt so langsam für heute Schluss machen. Du brauchst noch ein weiteres. Oder du kriegst einen Energieschub und... Nee, brauchst du nicht, hast ein Fett extra bekommen. Jetzt kannst du ausgeben gehen. Ja, Moneten. Ja, Max Ticket. Oh, Junge, ja, Max Ticket. Toter Lotus, was zur Hölle ist das? Das macht, dass du nicht sterben kannst, aber du bist dann verflucht. Zumindest für eine kurze Zeit. Ja, nee, ist klar. Das wäre für Kai was. Und hier auch nochmal was halbwegs Gutes. Warte mal, hatte der Heil? Also diese Gruppenheilung? Nee. Ich dachte schon. Warte. Wie viel? Steht nicht dabei. Wahrscheinlich alles. Aber wahrscheinlich geht der beim ersten Mal direkt kaputt. Also das Jahr, Max Ticket und die Schatzkarten werden auf jeden Fall was. Ansonsten ist doch nichts für dich. Der Rest ist für... Ja. Das will ich haben. Ich brauche Geld. Das macht einen Punkt. Wollt ihr lieber das Jahr, Max Ticket? Dann können wir endlich mal da rein. Da kann aber nur ich rein. Ja. Da kannst du gambeln gehen. Gambeln? Wäre im Prinzip besser für dich. Du kriegst Wahrnehmung und Geschwindigkeit auf jeden Fall plus. Und auch ausweichend geht höher. Ja, ich will einfach kein Geld mehr verlieren, ey. Immunität gegen Diebstahl. Let's go, gib ihn. Ich hätte den Impeln gerne genommen, ne? Jetzt ist er weg. Ja, Max Ticket. Die, die eh nicht benutzt werden können. Erbarium ist ja, dass man die Sachen sammelt. Nach Möglichkeit sollten wir dir auch noch das Feuerschwert kaufen, keine. Weil das wäre eigentlich richtig stark. Wenn du jetzt gerade nicht Rüstung brechen musst. Wenn ich jetzt hier das... Du und deine verstohlene Maske. Wenn ich jetzt... Du kannst ja ens in die Visionsschrift-Holle nutzen drauf, ne? Ja, da. Aha, den geht wohl nichts. Wie? Steinhelden. Ach, wieder ein Steinheld. Sunny steht am nächsten dran. Dann lasse ich ihn für dich das Teil holen. Bewegung, zahlt das Geld. Ach ja, das war ja dein noch. Entschuldigung. Hm, jetzt ist es auch zu spät. Zwei Felder. Was ist da noch drin? Eventuell gebe ich Sunny sonst Geld mit. Weißt du was? Dann gebe ich noch Geld. Ich könnte Sunny Geld mitgeben, dass er das Feuerschwert davon noch mitkauft. Der will den Lotus haben. Ja, wollte gerade sagen. Sunny will den Lotus. Aber ich könnte ebenfalls den Lotus fressen. Ich habe auch permanente Fluchimmunität. Und das Feuerschwert, das geben wir dir dann beim nächsten Steam keine. Niojo. Dann würde ich jetzt sagen, ich bewege ihn noch, das Feld hier runter. Und irgendwas steht da, dass ich kriege ich will. Zug beenden und dann würde ich jetzt tatsächlich auf Speichern und Beenden drücken. Dann kannst du beim nächsten Mal direkt anfangen. Bei der Stream geht jetzt schon drei Stunden. Das war ja wirklich lange genug. So, was könnten wir denn im Wissensladen uns gerade gönnen? Wir können Ausrüstung für den Start mehr freischalten. Das sollten wir drüber nachdenken, wenn wir das eine Kapitel immer abgeschlossen haben. Ich weiß nicht, ob man das standardmäßig geben kann oder dass man es finden kann. Hier haben wir jedenfalls darüber in den Wanderheiler bekommen. Und hier war irgendwo den Lederköscher, hat der Kaya gerade eben freigeschaltet. Kaufen wir mal die ganzen Dinger hier, ein bisschen wie das. Ne, ist das Einzige, was ich hier kaufen würde. So, die Dinger sind freigeschaltet. Und ich würde einfach sagen, wir machen jetzt wirklich hier an der Stelle Schluss. Ich schmeiße mich mal eben kurz aus Parsec raus. War ja ein sehr spannender, schöner Stream. Eventuell mache ich das bei For The King so, dass ich die sogar in mehrere Parts unterteile. Mal gucken. Aber auf jeden Fall sage ich an der Stelle mal, für die YouTube-Zuschauer, wenn es euch gefallen hat, Abon und ein Like da lassen. Natürlich auch ein Follow auf Twitch, genauso umgekehrt. Und von den YouTube-Zuschauer verabschiede ich mich an der Stelle zumindest schon mal als erstes. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag, Abend oder wann ihr auch immer hier zuschaut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.